Betet alle Zeit Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt jede Stunde und den ganzen Tag und die ganze Nacht beten sollen. Das kann ja niemand machen, also ich zumindest nicht. So dann muss ich auch was anderes machen, zum Beispiel essen oder trinken oder so. Also, beten alle Zeit heißt nicht zu jeder Minute beten, sondern in jeder Situation. Das heißt nichts anderes, als dass unser Gebet nicht abhängig ist, bedingt ist durch unsere Situation, unsere Lage, unsere Nöte, unsere Ängste, was wir gerade erleben. Viele Menschen, die beten, wenn es ihnen schlecht geht und jetzt auf einmal erinnern sie sich, ach, da gibt es einer, den können wir anrufen. Das ist bedingt durch die Situation. Unser Gebetsleben, unser Gebet resultiert aus unserer Beziehung zu Gott. Das ist der Unterschied. Betet alle Zeit heißt, unser Gebet ist bedingt, resultiert von unserer Beziehung zu Gott. Wir beten, weil wir an Gott glauben und wir glauben in der Tat, er ist allmächtig. Ihm ist nicht unmöglich. Wir glauben an seine Liebe, er liebt uns. Wir glauben, er will uns erlösen. Und deshalb kommen wir immer wieder zu ihm. Wir lieben ihn aus der Tiefe unseres Herzens. Und weil wir ihn lieben, haben wir einfach das Bedürfnis, mit ihm zu sprechen, zu ihm zu kommen, Gemeinschaft zu haben mit ihm im Gespräch, im Gebet, einfach weil wir ihn lieben. Wir haben das Bedürfnis, wir müssen zu ihm sprechen, mit ihm sprechen. Wir brauchen diesen Kontakt. Das ist die Basis unseres Gebetes.